Ende Januar dieses Jahres sagte der Governor der PBOC, also der Chef von das Ganze, wir werden alles dafür tun, um die Finanzmärkte zu unterstützen. Das ist ungefähr so, als wenn der Torwart eurer Mannschaft sagt, ich werde alles dafür tun, damit wir so viele Ecken wie möglich rausholen. Kann er zwar sagen, ist aber eigentlich nicht die Aufgabe des Torwarts. Denn die Aufgabe des Governors der PBOC, so wie die Aufgabe von allen anderen Zentralbankchefs ist es, einen stabilen Arbeitsmarkt zu gewährleisten, Wachstum der Wirtschaft zu ermöglichen und die Inflation im Griff zu bekommen, aber nicht die Finanzmärkte zu unterstützen. Und eine solche Aussage trifft man natürlich, weil man bewusst den Aktienmarkt schützen und unterstützen möchte. Und nicht nur das, die PBOC hat dann auch noch andere Maßnahmen ergriffen. Das Ganze zu einem Zeitpunkt als chinesische Aktien, hier Ende Januar 2024, waren sich auf eine sehr, sehr starke Unterstützung noch aus dem November 2022 gestoßen sind und so günstig bewertet waren wie nie zuvor. Und das hat dann dazu geführt, dass die chinesischen Aktien in gerade mal 16 Wochen um 40% gestiegen sind. Und vielleicht sagt ihr, schön, dass du uns das jetzt zeigst. Ja, ich zeige es euch nicht nur jetzt, sondern ich habe auch damals meinen Klienten gesagt, Leute, wenn der Chef von Sianze PBOC kommt und sagt, also wir werden die Aktienkurse steigen lassen, dann wird er das auch schaffen. Und deswegen haben wir auch ein deutlich größeres Risiko in den chinesischen Aktienmarkt gesteckt, auf spekulativer und mittelfristiger Sicht und haben einen Großteil unserer Positionen hier dann auch wieder rausgenommen, weil wir in eine Widerstandszone reingekommen sind. Jetzt ist es aber so, dass die PBOC nicht nur gesagt hat, wir wollen die Finanzmärkte unterstützen, sondern die PBOC, aber auch die zentralistische chinesische Regierung, sie haben sehr viele Maßnahmen ergriffen, um die gesamte Wirtschaft anzukurbeln. Denn in dem Augenblick, in dem die Zentralbank bestimmte Maßnahmen ergreift, das kann dafür sorgen, dass sich das Sentiment verbessert. Es kann dafür sorgen, dass die Stimmung sich ändert. Aber wichtig ist, dass sich wirklich die harten wirtschaftlichen Daten nach oben verbessern. Und jetzt habe ich mich gefragt, die haben doch in den letzten neun Monaten sehr viele Maßnahmen ergriffen und jetzt frage ich mich, ist das mittlerweile in der Realwirtschaft angekommen oder haben wir so ähnlich, wie wir es hier gesehen haben, einfach nur einen deutlichen Anstieg gesehen und dann gepufft das Ganze und es kommt wieder zu einem Ausverkauf und wir kommen wieder an diese Tiefs heran. Und deswegen stellen wir uns in dieser Ausgabe die Frage. Erstens, was war eigentlich das Problem? Zweitens, was wurde unternommen, um das Problem zu behebeln? Und drittens, wie sieht denn eigentlich aktuell die Realwirtschaft in China aus? Und damit herzlich willkommen und medias res zu dieser Ausgabe. Ihr seid herzlich eingeladen, euch hinzusetzen, Kaffee zu machen, C zu machen, denn wir werden uns sehr, sehr viele Fakten, Daten, wirtschaftliche Ergebnisse anschauen, um uns ein Gesamtbild zu machen, um am Ende zu sagen, Ja, geil, die Wirtschaft wächst aber ganz schön gut oder Nee, die Maßnahmen, die sind ganz schlecht, kannst du vergessen. Lasst euch Zeit, lasst mir schon total gerne, ihr wisst Bescheid, Däumchen, absolutes Träumchen da, denn das wird dafür sorgen, dass noch mehr unsere Zuschauer über dieses Video informiert werden. Und damit, lasst uns erstmal mit den fundamentalen Sachen anfangen. Wenn wir über die chinesische Wirtschaft sprechen, da muss man eines sagen, die wichtigste Säule der chinesischen Wirtschaft ist der Immobilienmarkt. Je nachdem, wie man es misst, ist der Immobilienmarkt zwischen 20 und 35 Prozent des Gesamtbibs Chinas verantwortlich. Wenn ihr sagt, das ist aber ganz schön groß, es kommt darauf an, misst du nur die reine Immobilienwirtschaft oder misst du zum Beispiel alles, was an Produktion, alles, was an zum Beispiel Ausstattung vom Haus dazukommt, Rohstoffe gebraucht werden dazu. Das ist der allerwichtigste Markt. Und nachdem über Jahre die Immobilienwirtschaft in China massiv gestiegen ist, extrem viele Chinesen sich Immobilien gekauft haben, kam es zu einer Kreditblase und auch einer Blasenbildung innerhalb des Immobilienmarktes. Und wie es sich für eine zentralistische Regierung gehört, hat sie natürlich massiv eingegriffen und hat gesagt, wir restriktieren, wir sorgen für eine massive Restriktion, was Kreditvergabe angeht. Und wir sorgen auch dafür, dass diejenigen Unternehmen, die sehr stark verschuldet sind, nicht mehr sich neu finanzieren können. Das hat dazu geführt, dass einige Immobilienentwickler pleite gegangen sind. Das hat dazu geführt, dass die Immobilienpreise runtergekommen sind. Das wiederum hat dazu geführt, dass viele die Immobilien besessen haben und gesehen haben, oh, die Preise meiner Immobilien steigen, wie großartig, ich bin ja reich, lass mich Geld ausgeben, vorsichtiger geworden sind. Und auch nicht zusätzliche Immobilien gekauft haben. Nicht nur das. Gleichzeitig hat ja die chinesische Wirtschaft wie kein anderes Land massive Covid-Restriktionen ausgerufen über mehrere Jahre. Was natürlich dazu geführt hat, dass die Verbraucherausgaben zurückgegangen sind. Denn im Gegensatz zu anderen Ländern gab es überhaupt keine starke fiskale Unterstützung für die Menschen und überhaupt nicht monetär. Also die People's Bank of China hat nur vergleichsweise sehr wenig die Gesamtwirtschaft unterstützt. Und als wäre das nicht genug, das wisst ihr auch, wurde der Tech-Sektor massiv reguliert. Sie haben deutlich geringere Wachstumschancen und sehr, sehr viele Assets aus diesen Technologieunternehmen haben deutlich an Wert verloren. Die Konsequenzen waren, vor allem die Immobilienpreise als Teufelskreis. Für diesen starken Rückgang der Immobilienpreise sind rückläufige Immobilienkäufe und Verkäufe gewesen. Noch stärkere Rückgang des Verbrauchervertrauens. Pleiten einiger Immobilienentwickler und eine fast deflationäre Entwicklung, also eine Inflation bei 0%. Was ja total wichtig ist, wenn man ein BIP-Wachstum haben möchte. Nachdem also die zentralistische Wirtschaft so richtig auf die Vollbremse gedrückt hat, aber vorher auch gesagt hat, alles abschneiden, alles vorne rausgeflogen ist, dann hat sich die chinesische Regierung gedacht, ja also wenn ich mir das jetzt so angucke, dass unsere Konsumentenpreise, also die Inflation auf 0% gestiegen ist und die Produzentenpreise sogar negativ sind, nee das wollen wir dann doch nicht. Dazu kam es zu einem heftigen Abverkauf der Aktien in China. Und das hat dann dazu geführt, dass die People's Bank of China erstens gesagt hat, wir tun alles um die Finanzmärkte zu unterstützen. 40% Anstieg in gerade mal 3-4 Monaten. Dann wurde eine Zinssenkung durchgeführt, nämlich die der 5 Jahre. Das ist eine Marke, die eher in Richtung Immobilienfinanzierung geht. Zusätzlich hat dann die PBOC entschieden, ein weiteres Paket zu verabschieden. Einmal über 45 Milliarden oder 42 Milliarden, damit Staatsunternehmen bestehende Wohnungen aufkaufen können. Also ich gebe Kredite als Zentralbank an Staatsunternehmen. Staatsunternehmen kaufen also bestehende Immobilien. Dazu wurde dann auch noch die Eigenkapitalbeteiligung für Erstkäufer auf 15% gesetzt, für Zweitkäufer auf 25%. Und etwas später wurde dann noch über 21 Milliarden eine Direktfinanzierung durchgeführt für Neukäufe. So wurde versucht, den Immobilienmarkt zu stützen. Das nächste, was total wirklich wichtig ist, ist natürlich, wie sich die Aktienkurse entwickeln. Was man sehen konnte, ist, dass zwar die PBOC selbst nicht im Finanzmarkt eingegriffen hat und nicht selber ETFs gekauft hat, aber wir haben gesehen, dass sogenannte Staatsfonds sehr viel Aktien gekauft haben aus dem CSI 300. Das hat wiederum dazu geführt, dass eine Trendbewegung eingesetzt hat. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass deutlich mehr Geld von Investoren aus dem Ausland nach China eingeflossen ist und dadurch konnten dann die Aktienkurse bewegt werden. Gleichzeitig habe ich über die 21 Milliarden, die die PBOC dazu geschossen hat, auch gesprochen. Haben wir gesehen, dass die chinesische Zentralbank jetzt gerade darüber nachdenkt, auch auf dem Sekundärmarkt Anleihen zu kaufen und zu verkaufen. Dabei sagt die PBOC, wir werden das nicht als sogenanntes QE-Programm betreiben. Das heißt, wir werden jetzt nicht Geld drucken, um das zu kaufen, aber dadurch kann etwas schneller, können Finanzmittel der Regierung zur Verfügung gestellt werden und man kann etwas schneller reagieren. Es gibt einige Ökonomen, die sagen, dass diese Entscheidung durchaus eine sehr starke Veränderung der Geldpolitik ist und zwar die stärkste seit mehr als einem Jahrzehnt. Aber nicht genug. Schon im Januar berichtete Bloomberg darüber, dass ein 140 Milliarden Anleihenpaket verabschiedet wurde durch die chinesische Regierung, was natürlich auch von der PBOC unterstützt wird. 140 Milliarden klingt zwar ganz schön viel, aber dass ihr mal so eine Vorstellung habt, was glaubt ihr? Faktor 2, Faktor 5, Faktor 10. Um welchen Faktor war denn eigentlich das Anleihenkaufprogramm der EZB im Rahmen der Corona-Pandemie größer? 2, 5, 10? Keins ist richtig, fast 11-fache. Das heißt, diese 140 Milliarden, die jetzt vielleicht sehr viel klingen, sind kein Vergleich zu den 1,8 Billionen, die dann die EZB in den Markt damals gepumpt hat. Wenn man sich also anschaut, wie viele Anleihen China im Jahr rausbringt, dann fällt mir persönlich etwas auf. Ja, am höchsten im Rahmen der Corona-Pandemie. Aber das war die Zusatzhilfe. Die zusätzlichen Anleihen, die rausgegeben wurden, 21, 22, 23, 24 wird es wieder etwas mehr werden mit diesen speziellen Anleihen. Das, was also China jetzt im Moment noch lange nicht macht, ist eine massive Ausweitung der Geldpolitik. Jetzt muss man dazu sagen, die chinesische Regierung und die Zentralbank fürchten die Inflation, ich weiß nicht, wie der Teufel das Weihwasser. Denn es gab in den 80er Jahren eine sehr hohe Inflation in China. Es hat zu vielen Unruhen innerhalb der Bevölkerung geführt. Und deswegen betreibt China eine sehr, sehr vorsichtige Geldpolitik. Anleihen werden also gekauft. Gleichzeitig werden nicht nur die 140 Milliarden, 60 Milliarden in den Häusermarkt gepumpt. Und auch die lokalen Regierungen dürfen noch zusätzlich, zusätzlich zur Gesamtregierung, Anleihen rausgeben. Das ist insofern interessant, weil die lokalen Regierungen in China ziemlich stark verschuldet sind, weil sie sehr, sehr viele Infrastrukturpakete verabschiedet haben. In der Hoffnung, damals, als der Immobilienmarkt so stark war, ich baue einen Flughafen, ich baue Brücken, ich baue Straßen, ich baue Schienen, um die Infrastruktur zu verbessern, damit die Preise des Landes nach oben gehen. Dann kommen Investoren und kaufen von der lokalen Regierung das Land auf und bauen da drauf. Das ist dann aber komplett verloren gegangen, weil die zentrale Regierung ja den Immobilienmarkt runtergeschraubt hat. Das heißt, lokalen Regierungen verschulden sich, versuchen das Land aufzuwerten durch die Infrastrukturpakete und dann kommt die Regierung und sagt, nee, den Immobilienmarkt müssen wir jetzt abblasen. Das bedeutet, lokalen Regierungen sind extrem stark verschuldet und dürfen trotzdem sich deutlich mehr verschulden, immerhin höchste Rate seit 10 Monaten. Zeigt aber auch, dadurch, dass der Schuldenberg relativ groß ist, ist China im Moment auch nicht bereit, gib ihm, gib ihm zu spielen, sondern sie versuchen immer noch sehr bewusst, diese Maßnahmen einzusetzen. Jetzt stellt sich die Frage, mit den vorgestellten Maßnahmen, Anleihenkaufprogramm, der Regierung, lokale Regierung Anleihenkaufprogramm, ETFs kaufen durch den Staatsfonds, dazu dann die Unterstützung für den Immobilienmarkt mit 60 Milliarden, was hat das gebracht? Es gibt einige Parameter, die für die chinesische Wirtschaft sehr wichtig sind. Ihr glaubt es nicht, der Immobilienmarkt? Natürlich ist total wichtig, wie sich die Industrieproduktion entwickelt, das ist immerhin die Fabrik der Welt. Dann ist es total wichtig, blanke Zahlen, was ist mit dem BIP-Wachstum, was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Und jetzt gucken wir uns an, was hat sich denn eigentlich zuletzt verändert? Wenn wir uns die Arbeitslosenzahlen angucken, da muss man sagen, ich zoome mal nochmal einmal ran, bis Juni 23 war die Arbeitslosenquote unter Menschen zwischen 16 und 24 auf ein Allzeithoch gestiegen, nämlich auf 21,3%. Und es ist nicht so, dass wir keine Lust mehr hatten, diese Daten für euch aufzuarbeiten, sondern es ist schlichtweg so gewesen, dass die zentralistische Regierung gesagt hat, die Daten publizieren wir nicht mehr. So einfach, Problem gelöst, keiner weiß, wie hoch sie ist. Man sieht aber, dass die Arbeitslosenquote insgesamt relativ stabil bleibt und ungefähr zwischen 5 und 6% liegt. Hier sehen wir also nicht, dass die Arbeitslosenquote massiv zurückgeht. Wir sehen aber auch keinen Anstieg. Ich würde sagen, keine Veränderung. Wenn wir weiterschauen, nächste nackte Zahl, BIP-Wachstum, im Moment schafft China das eigene Ziel, nämlich über 5% BIP-Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Es ist so, dass wenn ich über die BIP-Zahlen von China berichte, deutlich häufiger als bei allen anderen Wirtschaftszahlen darunter steht, die Zahlen sind doch gefakt. Was ich persönlich total interessant finde, ist, ich habe das in meinem Bloomberg-Artikel gelesen, dass der chinesische Präsident seines Zeichens Hexxi, der glaubt diese Zahlen nämlich selbst nicht. Weil die lokalen Regierungen ihre Zahlen schönen, damit sie nämlich weiterhin an der Macht bleiben. Deswegen guckt sich Hexxi selbst andere Zahlen an. Zumindest wurde das bei Bloomberg mal so berichtet. Damit müssen wir etwas zumindest zurückhaltend umgehen. Eine weitere total wichtige Kennzahl für die chinesische Gesamtwirtschaft ist die Neuaufnahme von Krediten. Und wir sehen, dass die Neuaufnahmen seit 2023 rückläufig sind. Auch wenn ihr jetzt seht, dass es nach oben schießt. Das heißt, dass der Rückgang weniger stark ist. Aber es werden immer noch 2% weniger Kredite vergeben im Vergleich zum Vorjahr. Wir sehen also hier keine Steigerung der Kreditvergabe, was dazu führen könnte, dass sich die Wirtschaft deutlich erholt. Also bis dahin zusammengefasst muss man sagen, wir zahlen können wir nicht so viel mit anfangen. Kreditvergabe nach wie vor rückläufig. Der Arbeitsmarkt stabil, aber keine Abnahme der Arbeitslosenzahl. Bleibt noch offen, was ist mit dem Immobilienmarkt und was ist mit der Industrieproduktion. Wenn wir uns den Immobilienmarkt anschauen, dann sehen wir, dass die Artikel, die zuletzt veröffentlicht wurden, hier zum Beispiel vom 17. Juni, zeigen, dass sich die Situation im Immobilienmarkt eher verschlimmert. Zum Beispiel in schwarz dargestellt, die Preise für Neuimmobilien nach wie vor im freien Fall prozentual rückläufig. Das heißt nicht, dass sie jetzt gerade den niedrigsten Preis haben, sondern prozentual nach wie vor rückläufige Entwicklung und auch für Immobilien, die wiederverkauft werden, gibt es nach wie vor fallende Preise. Das führt natürlich auch dazu, dass Investitionen in Immobilien prozentual rückläufig sind. Das heißt, im Jahr 2023 war es 10% niedriger als im Jahr 2022. Und aktuell ist es wieder 10, 12% niedriger als im Vorjahr und die prozentuale Abnahme nimmt eher zu. Wir sehen also nicht, dass es zu einer Bodenbildung kommt, geschweige denn, dass die Investitionen in Immobilien nach oben gehen. Das verwundert dann auch nicht, dass am Ende jetzt im Jahr 2024 mittlerweile bei 67 von 70 Städten in China die Immobilienpreise gefallen sind. Das wiederum führt natürlich dazu, dass die Erwartungen für den Immobilienmarkt in China gesenkt werden. Zum Beispiel von S&P. Sie gehen davon aus, dass die maximale Investitionssumme im Jahr 2024 auf dem niedrigsten Wert sein wird seit fast neun Jahren. Trotz der Stimulation, die derzeit die Regierung, aber auch die People Bank of China durchführt. Dann bleibt ja folgende Frage offen. Ist das genug Stimulation oder braucht es gegebenenfalls mehr? Und als wäre das nicht alles genug, ich packe noch einen drauf. Nächste Woche, so wird es in diesem Artikel genannt, ist es die sogenannte Make-or-Break-Situation. Denn vier der zehn größten Immobilienentwickler in China stehen vor Gericht und dann soll entschieden werden, ob sie noch in der Lage sind, ihre Schulden zu bedienen oder ob sie gegebenenfalls dann für nicht mehr zahlungsfähig erklärt werden. Und für den Fall, dass das passiert, wird es natürlich dazu führen, dass das Vertrauen in den Immobilienmarkt in China weiterhin zurückgehen wird. Und als wäre das nicht alles genug? Es ist natürlich auch so, dadurch, dass Covid-19 so lange einen Lockdown in China erlebt hat, dadurch, dass die Investitionen der Menschen sich nicht auszahlen, sehen wir im Verbrauchervertrauensindex Chinas einen massiven Rückgang im Jahr 2022. Und seitdem bleibt dieser Index deutlich im schrumpfenden Teil, nämlich unterhalb der 100 mit dem Vergleichsjahr 1997. Ich habe vorhin zu Nico gesagt, das ist ungefähr so, als wenn ich Mike Tyson treffe und dann zu Boden gehe und dann nochmal einmal mich kurz rühre und dann geht es wieder zurück. Wir sehen aktuell keine Verbesserung des Verbrauchervertrains. Jetzt muss man sagen, im Vergleich zu den USA oder zu Europa spielt die Verbraucherausgabe oder die Verbraucherausgaben spielen eine geringere Rolle. Nichtsdestotrotz ist das ebenfalls etwas, was für die Gesamtwirtschaft wichtig ist. Und wenn wir uns einmal anschauen, was für ein Wachstumspfad zum Beispiel die Einzelhandelsumsätze hatten, dann sehen wir, dass seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie diese Umsätze deutlich weniger stark steigen im Vergleich zu vor der Pandemie. Jetzt kann man sagen, die Industrieproduktion, das ist der Silberstreifen am Himmel. Da würde ich nur kurz auf eines euch aufmerksam machen wollen. Denn schaut mal, da ist die Wachstumsrate und es gibt einen massiven Sprung nach oben durch Covid-19. Und dadurch wird die Wachstumsgeschwindigkeit schneller. Wenn ich mir das aber genauer angucke zuletzt, dann habe ich das Gefühl, dass die Wachstumsgeschwindigkeit jetzt abnimmt, sodass die vorherige Geschwindigkeit, die Prä-Covid, wenn man sie nimmt, die nähert sich dem aktuellen Wachstum an. Und damit Industrieproduktion, positiv zwar, aber nicht die Unterstützung, die sich eigentlich die Wirtschaft erholt. Zum Beispiel Industrieproduktion zuletzt um 5,6% angestiegen, davor 6,7% und unter den Erwartungen. Auch der Einzelhandel mit 3,7% oberhalb, Entschuldigung, muss ich sagen, und zwar oberhalb der 3% erwartet, aber sehr niedrig zuletzt mit 2,3% und 3,7%. Was die Exporte angeht, sehen wir zwar ein Wachstum von 7,6% und diese 7,6% sind höher gewesen als die Erwartungen, Erwartungen, aber wir müssen uns nur eins klar machen, das sind die Exporte historisch in toto, gemessen in US-Dollar und wir sind weit unter den Hochs von 2021, falls ihr euch wundert, warum es immer wieder diese Ausschläge nach unten gibt. Die Begründung ist, dass im chinesischen Neujahr einmal einfach die Wirtschaft komplett für drei Wochen abgewürgt wird und deswegen gibt es immer wieder diese Ausschläge nach unten. Und dass die Exporte gestiegen sind, hat nichts mit Europa und USA zu tun, im Gegenteil, da gehen die Exporte weiter zurück, sondern es hat eher etwas mit dem, ich nenne das mal Speckgürtel um China herum zu tun, bei dem man sieht, dass das Wachstum deutlich stärker ist. Das heißt, die Industrieproduktion unterstützt die Wirtschaft, aber wenn wir uns die Einkaufsmanager-Indizes anschauen, für das verarbeitende Gewerbe mit 49,5% nicht im expansiven Bereich, sondern mal drüber, mal drunter und auch im Dienstleistungsgewerbe mit 51,5% sehen wir als Frühindikator keine Hinweise dafür, dass die chinesische Wirtschaft derzeit richtig boomt. Und deswegen, wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, Immobilienmarkt, nett, Arbeitslosenzahlen, okay, BIP-Zahlen, okay, ob sie weiterhin bei 5% bleiben, fragt nicht, ob sie echt sind, fragt nicht. Industrieproduktion ganz gut, Verbrauchervertrauen noch nicht. Damit sehen wir folgendes, ja, wir haben mittlerweile wieder mehr Aktien, die oberhalb der 200-Tage-Linie sind und nicht so eine depressive Stimmung am Aktienmarkt. Es ist mit einem KGV von 10 ist MSCI China immer noch extrem günstig bewertet, zum Beispiel im Vergleich zu den US-amerikanischen Konkurrenten. Es ist aber auch noch so, hier mit dem 10er KGV, es ist aber auch so, dass wir bitte nicht vergessen dürfen, es gibt immer noch ein Damaklos-Schwert, was über chinesische Aktien schwebt, weswegen ich zum Beispiel von meiner zweitliebsten Aktie, nämlich Taiwan Semiconductor, bereits ein Teil zuletzt verkauft habe, zum Beispiel unter anderem, weil China wieder ein Manöver im südchinesischen Meer durchgeführt hat und ein wichtiger Sprecher des Militärs gesagt hat, das haben wir gemacht, um einen Test durchzuführen für unsere geplante Machtübernahme. Und es ist auch so, dass die US-amerikanische Geheimdienst zuletzt darüber berichtet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Invasion nach Taiwan deutlich zugenommen hat. Und man muss sich nur einmal klar machen, das sind die Schätzungen von Bloomberg Economy, dass für China 17% BIP-Rückgang eingeplant werden muss und für Taiwan sogar 40%. Vor dem Gedanken, dass wir sagen, China hat immer noch ein Kreditproblem, Chinas Immobilienmarkt ist immer noch deutlich unter Druck, bin ich aktuell nicht bereit zu sagen, ja, wir sehen echte und absolute Ergebnisse durch die monetäre und fiskale Politik, sondern wir müssen deutlich mehr Daten sehen, um sagen zu können, dass sich die chinesische Wirtschaft tatsächlich unnachhaltig erholen kann und die Probleme gelöst werden. Deswegen gibt es nicht wenige, die davor warnen, dass Chinas Wirtschaft vor einem verlorenen Jahrzehnt stehen könnte, ganz zu schweigen vor den politischen Spannungen. Wenn wir uns die Situation aus technischer Sicht mit Hilfe von Enfin anschauen, mit Hilfe des Safe Tools, also automatische technische Evaluation, dann sehen wir, es gab hier dargestellt im größten ETF auf chinesische Big Caps in den USA mit dem Kürzel FXI, es gab eine horizontale Unterstützung bei 24,90, die hält, da fällt es durch, es ist ein Widerstand im März 24, es ist ein Widerstand im April, es ist ein Widerstand wieder im April und dann wird diese Marke mit Sakatumski rausgenommen. Diese horizontale jetzt Unterstützung wird zusätzlich verstärkt durch die offenen Lücken, die hier ebenfalls automatisiert dargestellt werden und durch die 200-Tage-Linie. Damit spielt die Zone um die 25 Dollar eine wichtige Rolle, denn aus meiner Sicht ist es so, wir haben ja bereits einen Kursrückgang gesehen von etwa 10%, genau genommen 11,3% in der Spitze. Falls der Aktienkurs dann nochmal weitere 5% zurückgeht, haben wir ein Pullback von 15% gesehen und dann werden chinesische Aktien noch günstiger, auf alle Fälle aus mittelfristiger Sicht. Wenn wir uns das direkt beim Hang Seng anschauen, sehr ähnliches Bild natürlich, ETF einmal und dann hier der Index selbst, die horizontale Unterstützung, wunderbar erkannt, ich liebe das, ich mache den Chart auf, ich gucke es mir an und ich sehe horizontale Unterstützung bei 17.000, dazu die 200-Tage-Linie, merke ich mir. Ich gehe in die kleinere Zeiteinheit und sehe, ja, diese horizontale Zone wird auch noch über den 4-Stunden-Chart erkannt und wenn ich mir diese gesamte Aufwärtswelle anschaue, dann ist das 61er-Fib bei 16.700 und wenn ich mir das von der letzten Welle angucke, dann ist es bei 17.400. Also die Ungeduldigen, die Oberkante ist im Bereich von 17.400, die Unterkante ist bei 16.500. Das ist eine starke technische Unterstützung, dazu, wie schon gesagt, werden natürlich Aktien dann fundamental günstiger, wenn es nicht durch Gewinne dazu führt oder Gewinnrückgang, dass die Aktien zurückgekommen sind, sondern durch Gewinnmitnahmen. Ob aber diese Unterstützungszone für einen mittelfristigen Einstieg interessant ist, also eher aus spekulativer Sicht, oder ob diese Unterstützungszone auch das Potenzial hat, wieder in Richtung der Hochs aus dem Jahr 2023 in Richtung der psychologischen 20.000 wieder hochzugehen, vielleicht darüber hinaus. Das steht hier nicht in diesem Chart geschrieben, sondern dafür müssen wir uns die Daten Arbeitsmarkt, BIP-Zahlen, Industrieproduktion, Immobilienmarkt und Einzelhandelsumsätze in den nächsten Monaten sehr genau anschauen und dann wird sich zeigen, ob diese Unterstützung mehr hat. Ich weiß, dass es mittlerweile en vogue ist, dass auf den Chart geschaut wird und dann wird versucht, sehr langfristige Aussagen darüber zu treffen. Ich kann euch nur sagen, ich sehe 5-6% tiefer, eine sehr starke Unterstützung. Die finde ich persönlich sehr interessant. Die kann man auch dafür nutzen, um zu sagen, in dem Bereich könnte ein bestimmtes Unternehmen, was ich interessant finde, für mich interessant sein. Dazu kommen aber die Unsicherheiten wirtschaftlicher, politischer, aber auch gegebenenfalls aus kriegerischer Sicht und deswegen, wir bleiben am Ball. Wir analysieren für euch den Markt breit, fundiert und wir freuen uns, wenn euch diese Ausgabe gefallen hat. Ein Däumchen, ein absolutes Träumchen und ein Abo wäre noch viel schöner für uns. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.